für die Reihen so ist es dann mit vier Magazin danke 8 Prozent soll ich solche Toolbox suchen er alles klar getaut Geld er bleibt einfach erst mal im Auto ja ich habe jetzt erst mal eine Waffe ich mag erziehen ich habe zwei Bandagen hast du noch genug ansonsten zu einem Kofferraum rein ich brauche es nicht auch unbedingt ist es schon am Blinken das hatte ich nicht das hatte ich nicht gefunden scheiße am Klinken geht das schneller als beim Verdursten lol hier liegen drei Headshots hintereinander aber wirklich auf einer Ebene Leute ich glaube wir schalten wieder ein wenn er wieder da ist weil zurzeit passiert hier nichts besonderes ich bin im Auto sicher und er ja mal gucken er nicht Leute der Steve ist gerade am verbluten mal ist er das jetzt nicht nur ich habe alles statt empfiehre und die ist gut und drei Jerry Keynes und Prozent habe ich meine erblich gewinnt ist er vorhin schon kaputt gefahren habe ich gewinnt ist er vorhin schon kaputt gefahren er die war schon kaputt ja toll ich hoffe ich hoffe es was in Komenko direktieren äh ach ne komm mal raus aber mein schöner Ghillie Suit alter neee ach so oh man mein Hals tut voll weh Kevin? ja wollen wir nachher nochmal MW2 spielen ja gerne aber wir spielen noch ein bisschen Daisy ja ja klar aber das zweites ist viel geiler als alleine ja was MW2 oder äh das hier das hat mir vorhin schon geklärt Kamerobot Nice Won jawohl du bist direkt hier bis Boden da näher ja hinter Stadtrenner ja ich sehe das Haus wo ich gestorben bin von hier sogar schon lol Lava Alter das war jetzt echt lucky lucky und ich muss mal scheißen boah und da hältst du die Leute oder soll ich aufnehmen stoppen? das ist mir egal ja und da halt die Leute okay ja ich kann ja mal sagen was jetzt passiert also ich laufe jetzt zu dem ich bin jetzt vorne weil ich sitze nicht auf dem Fahrersitz ja geh erstmal zum Fahrersitz am besten ach jetzt sind wir auch wirklich weg hier ja tschüss oh jetzt will ich go out oh mein Gott bis gleich ja ja BG also ich laufe jetzt wieder zu dem Haus wo ich grad gestorben bin und hole meine Leiche ja und dann suche ich eine Toolbox in Kamenka und dann gehe ich zum Auto und mach den Reifen fest und dann keine Ahnung fahren wir wahrscheinlich zum nördlichen Airfield hör mal aber hier ist ja noch eine Leiche so schade dass ihr das jetzt nicht sehen könnt aber hör mal alter voll viele Zombies hier okay da liegt meine Leiche hier hier alles nehmen hier alles nehmen Mann hört auf mich zu Schlangen ihr schwulen Zombies alles klar aber ich kann meinen Ghillie Suit nicht mehr nehmen schade alles klar ich hab alles ich habe alles ich habe alles also jetzt laufe ich kurz zum Auto obwohl ne ich banagier mich schnell ne obwohl ne kommt da kommt ein Behinderter angelaufen abandage myself abandage myself los banagier dich banagier dich mach schneller nice alles klar alles klar jetzt laufe ich nach Kamenka hol ne Toolbox alles klar jetzt laufe ich nach Kamenka hol ne Toolbox und der Kevin müsste langsam mal wieder zurück sein vom Klo Tree Litter und der Kevin müsste langsam mal wieder zurück sein vom Klo naja ähm ja naja ähm ja ok also mir kleben fünf Zombies am Arsch ok ich sehe den Leuchtturm in Kamenka da ist irgendwas drinne irgendwas ganz tolles ich sehe den Leuchtturm ähm Loll, ich werd' beschossen. Alles klar. Okay, ich werd' beschossen. Hm. Naja. Okay, er ist wieder safe, oder? Ah, der hat sich verpisst. Okay. Okay, ich bin jetzt in Kamenka beim Leuchtturm. Naja, was heißt in Kamenka? Vor Kamenka beim Leuchtturm. Geh' jetzt gleich in die Tür rein, und zwar genau. Jetzt klick' da mal die Leiter hoch. Alles klar, hier ist nix, oder? Nope, hier ist nix. Oh leil, jetzt hab' ich geschossen. Das wollte ich nicht. Okay. Okay, weiter Richtung Kamenka. Bautest du mal etwas hast? Dramatisch. Ach's zu wenig. Dramatisch. 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 Pidah Lima was killed. 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 Pidah Lima was killed.